Das Warten hat bald ein Ende. Der Monat der Barmherzigkeit nähert sich. Der König aller Monate. Es ist bald soweit. Ein Monat, in dem gefastet wird, gebetet wird und Koran gelesen wird. Ein Monat der Versöhnung und des Friedens. Ein Monat, in dem mehr gespendet wird, mehr geweint wird und mehr um Vergebung gebeten wird. Muhammad Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn Ramadan kommt, werden die Tore des Paradieses geöffnet. Der Gesandte Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn Ramadan beginnt, werden die Tore des Himmels geöffnet, die Tore der Hölle geschlossen und die Satane mit Ketten gefesselt. Bald auf Muslim Media Ramadan TV Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017